So, wir sind hier in der Abteilung für Postkarten. Wir zeigen hier ein paar Beispiele. Zum Beispiel hier eine sehr, sehr stark leuchtende, in Farb intensiv gedruckte Postkarte mit einem Kindermotiv. Auf der Rückseite ist diese natürlich auch vierfarbig gedruckbar und matt. Vor der Seite zelvaniert. Hier haben wir noch unser zweites Motiv. Das ist die Postkarte mit den Masken hier. Ich zoome hier auch mal für die Schärfe hier ran, dass es sehr, sehr scharf ist. Auch diese ist rückseitig, matt und vierfarbig bedruckbar. Unsere Karten an sich sind in einem sehr, sehr starken 300 und 30 Gramm starken Postkarten-Spezial-Karton. Man spricht hier von einer Klanghärte. Sie hören das hier am Video. Also, das ist schon ein sehr, sehr stabiles Material.